In den frühen Morgenstunden war Luftalarm über Tel Aviv, so wie praktisch im gesamten Zentrum Israels zu hören, wie die israelischen Streitkräfte auf Ex mitteilten. In Tel Aviv war zuletzt Ende Mai-Raketenalarm ausgelöst worden, damals wegen eines Angriffs der islamistischen Hamas. Danach heulten die Alarmsirenen nur noch in anderen Landesteilen. Nach dem Abschuss einer Boden-Boden-Rakete der Hisbollah in Richtung Zentralisrael traf die israelische Luftwaffe in der Gegend von Nawakye im Libanon die Abschussrampe, von der die Rakete abgefeuert wurde, wurde in einem weiteren Posting am Mittwoch mitgeteilt. Der Angriff der Hisbollah bedeutet eine weitere Eskalation im Nahen Osten. Am Montag hatte Israel den bisher größten Einsatz gegen die Terrororganisation seit Beginn des Gazakriegs ausgeführt. Rund 1600 Ziele wurden angegriffen. Die libanesische Regierung erklärte, dabei seien 569 Menschen gestorben. 1835 Menschen seien dabei verletzt worden. Am Mittwoch setzen die israelischen Streitkräfte aber ihre Angriffe im Libanon fort. Insidern zufolge wurde erstmals die libanesische Küstenstadt Dje angegriffen. Laut libanesischen Sicherheitskreisen wiederum hat die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch ein Lager im Küstenort, Sadijad, südlich von Beirut, ins Visier genommen. Die israelische Luftwaffe selber sprach davon, am Dienstagabend Dutzende Ziele der pro-iranischen Hisbollah im Osten und Süden des Nachbarlandes attackiert zu haben, darunter Waffenlager und Raketenabschussrampen. Die libanesische Staatsagentur NNA meldete schwere Bombardierungen in mehreren Orten im Süden des Libanons, sowie weitere Angriffe in Baalbek im Osten des Landes. Die Hisbollah reklamierte Indes ihrerseits zahlreiche Angriffe auf israelisches Gebiet für sich. Die Schietenorganisation teilte mit, unter anderem zweimal mit Raketensalven einen Militärstützpunkt im Norden Israels, in der Nähe der Stadt Safed angegriffen zu haben.